Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Meine dunkle Macht Was? Keine Angst vor dem Tod? Es gibt Schlimmeres als den Tod Ja, ja, das kann schon sein Zum Beispiel Sachen wie das Hast du eine Ahnung, was das ist? Weißt du, was das ist? Achilles Bohrer hat dieses Loch gemacht Er befreit meine Seelen Und er lässt meine Toten für seine Armee auferstehen Und was habe ich davon? Ich bringe dich zu den Lebenden zurück Wie kann ich dir vertrauen? Oh, wie kann man diesem Gesicht nicht vertrauen? Hier, als Beweis für unseren Vertrag Solange du sie hast, lasse ich dich am Leben Du musst den Rat der Zauberinnen finden Die werden dir helfen Warum hilfst ausgerechnet du mir? Ohne die Toten bin ich arbeitslos Und ab geht die Post Viel Glück, Maximo! General! Ja, Milord? Du solltest Maximo umbringen Hier ist also deine Belohnung Ich lebe! Wächter Ja, Milord! Nimm den General und foltert ihn Bis er stirbt Maximo, ein noch schrecklicheres Schicksal erwartet dich Wir haben überall gesucht Wir können Achille nicht ohne Sephony besiegen Sucht ihr jemanden? Sephony? Lass sie frei! Oh, ich lasse sie weg In die Hölle! Achille! Aufgepasst! Ich muss hier mal vorbei Okay, wer ist gestorben? Die Seele deiner Freundin Wurde in die Unterwelt geschickt Und du wirst sie finden müsse So, das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh Okay, und los geht's Zeig's Ihnen, Junge! Schön Findest du nicht auch, Maximo? Ach All die Seelen All die Macht Alles gehört mir Ich lasse es nicht zu Ich habe es schon zugelassen Man liebt, Maximo Ich dachte, du seist tot Was ist mit Achille? Vernichtet Exzellent Meine Pläne sind fast vervollständigt Endlich Seine Macht Gehört mir Jetzt bleibt nur noch eins Dich aufzufressen! Ja, Kumpel, du hast was gut bei mir! Du hast gewonnen Und beide Königreiche gerettet Was ist los, Kumpel? Freust du dich denn nicht? Warum sollte ich? Mein Königreich ist eine Ruine Und Sophia? Mein Gott Sophia Das war nur ein Dämon Der Achille manipuliert hat Hey, ich weiß, wenn jemand tot ist Und Sophia? Die ist am Leben Mein König Wir werden ihr Reich wieder aufbauen Und auf ihre Rückkehr warten Grimm? Grimm? Du wirst mir helfen, sie zu suchen Was? Hey, du hast so gesagt, dass ich was bei dir gut habe Oder nicht, Kumpel? Okay Maximo Geh sie suchen, Maximo Ich glaube, dies ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft 바랭 Was? doctors und b mich bureau Me bombard nach